Der Trend zu Mobilität und Digitalisierung macht vor der Verwaltung nicht Halt. Informationen sollen jederzeit und von überall her abrufbar sein. Bürgerinnen und Bürger sollen am direktdemokratischen Prozess auch von unterwegs, etwa via E-Voting, aktiv teilnehmen können. Mit der Umsetzung der E-Government-Strategie Schweiz führten Bund, Kantone und Gemeinden gemeinsam die dienstleistungsorientierte Verwaltung. Gleichzeitig hilft die E-Government, die ständig wachsenden Aufgaben der Verwaltung zu bewältigen. Es ist wichtig, dass Mitarbeitende die Digitalisierung für effizientere und schlankere Prozesse nutzen können.